Aloha, und willkommen zu Let's Play Slender Mansion. Oh mein Kopfhörer. Project League, Mark Steen, Environment Artist, Ray Burks. MENCHEN. Ja, also ich bin auch wieder dabei. Heute will ich sie mal besonders auf cool tun. Und da sehen wir auch das Spiel. Ich muss mal ganz kurz die Kamera synchronisieren. Find 12 Ementos. Ich guck jetzt nach rechts. Links, rechts, links. Mach ich ein bisschen leiser. Und ich muss sagen, geht es schon los. Ja, und heute finden wir mal alles. Ich habe vor, heute zu gewinnen. Dein Bildschirm ist aber auch so groß. Das macht es sonst noch gruseliger. Ja, ja. Ja, dreht ein Schlüssel. Mein Plan ist heute nicht zu schnell zu rennen. Denn wenn man rennt, dann kommt der Slenderman schneller. Deswegen will ich heute mal gehen. Blablabla. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Hast du Angst? Ja. Ey, du spielst gar nicht und hast Angst. Das ist das erste Bild. Du hattest auch Angst, als Peter gespielt hat. Ja, ja. So, eins von zwölf. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt kommt der Slendy. Slendy. Salendy. Mach keinen Scherz über Slendy. Ich werde dich kriegen. Boah, der wird dich so töten. Ich mache keinen Scherz über den. Der kann gar nicht drauf. Da geht der ganz mies drauf. Der kommt so oder so. Der reagiert ganz mies drauf, wenn du Scherzen über den machst. Slendy. Slandy, Mandy. Katie? Katie, hör auf. Katie, ich beschwöre dich. Verdammt, jetzt habe ich Angst. Ein bisschen. Slandy, Mandy kommt. Eine Bratfahne. Ach du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich habe zwei. Ich habe zwei. Hast du Angst? Nö. Ich habe Angst. Wenn er kommt, habe ich voll Angst. Mann, Katie. Guck mal, da liegt der links. Nein, da ist ein Telefon, da ist ein Telefon. Da liegt was auf dem Bett. Drei. Heute schaffen wir es. Nicht so, ähm, was sagen, dann schaffen wir es deswegen nicht. Ich habe eben gerade eine Hand gesehen. War das Slender, oder war das alles? Hör auf, sowas zu sagen. Hör jetzt auf. So, da ist noch ein. Da ist noch ein Telefon. Achtung, wenn du dich umdrehst, pass auf, er steht da. Er steht da nicht. Und es fängt jetzt schon an zu klingeln. Ey, hier unten gibt es fünf. Bist du schon im Keller? Nein, ich bin in der Mitte. Also in der Mitte gibt es fünf, das mag ich hier unten gibt es fünf. Ja, normale Etage ist doch auch unten. Wenn man vergleicht, dass es noch ein Obergeschoss gibt. Oh Gott, ich werde mich so erschrecken, wenn Slender kommt. Noch ist er nicht da. Noch ist er nicht da. Ja. Geh wieder zurück. Oh, leichte mein Armband. Oh Gott. Ja, ja, da ist er, da ist er. Probier vielleicht mal, ob du in den Keller gehen kannst. Ich bin gerade auf dem Weg zum Keller. Siehst du das? Das Bild krisselt so. Scheiße. Nein, ich kann die Tür nicht öffnen. Und warum stand er denn da einfach? Wollt er mich... Oh, der steht da. Toll. Ja. 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 Würde er mich den Weg absperren? Slendy Mandy. Nee, er ist weg. Er ist weg. Slendy, der alte Mandy. Im Mansion. Oh, schnell ziehen die Kopfhörer an. Ja. Ich gehe nach oben, wenn er jetzt nicht den Weg versperrt. Wenn ich auch die geheimen Signale hören kann. Warum macht die mich jetzt psychisch krank, die Frau? Slender? Nee, du. Slender ist nicht bei uns. Ey, ich glaube, diese Runde werde ich es schaffen. Ich fühle mich so richtig... Oh nee, ich habe mir in die Hose geschissen. Nee, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich so richtig mutig. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Hose richtig klitschnass ist. Bitte, bitte, Tür, geh auf. Ja. Okay, oben drei, ne? Drei. Drei. Wir gehen zuerst wieder. Wir sind eben schon alte Mansion-Profis. Ja, unser Lieblingsspiel. Ach ja, warum wir es überhaupt spielen, wollte ich dir noch schnell sagen. Eigentlich wollten wir das neue Projekt spielen, aber das neue Projekt war gar kein neues Spiel. Das war ein Trailer. Kannst du dir mal ganz kurz erzählen, du oder machst du weiter? Nee, nee, erzähl nichts. Das war nur ein Trailer, das reicht als Information. Aber das neue Länderspiel... Da liegt ein Schlüssel auf dem Ding. Ich weiß, aber wenn ich mich umdrehe, bin ich bestimmt tot. Das neue Länderspiel, komm. Der sich umdreht oder lacht. Das dauert noch. Ah! Ich kriege den Bockel voll gemacht. Nein, ich bin tot. Ah, verdammt. Scheiße. Scheiße, okay. Fünf Pages. Verdammt, verdammt nochmal. Ey, ich hatte Herzinfarkt gerade. Oh Mann, es lief gut. Es lief gut, aber ich hatte Angst. Ich glaube, man kann dieses Spiel fast nicht gewinnen. Doch, man kann es gewinnen und das werden wir auch schaffen. Aber es passt. Ja, das Ende ist immer schon schlimm. Oh. Ich wollte entkommen und konnte nicht entkommen. Oh. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und dafür seid, dass wir öfter Slender spielen, bewertet das Video mit einer positiven Bewertung. Damit können wir es schaffen, auf diese Spiele-Startseite zu kommen, damit noch mehr Leute unsere Videos sehen. Das wird uns enorm unterstützen. Also, vielen Dank, wenn ihr das Video liked. Schreibt einen Kommentar, was wir vielleicht besser machen können, um es das nächste Mal zu schaffen. Und dann würde ich sagen... Ja, einfach nicht in das Lende reinlaufen. Ja. Also, vielleicht... Also, wenn das Video viele Likes bekommen hat, dann werde ich direkt das neue wahrscheinlich hochladen. Im Anschluss, weil es so kurz war. Okay. Ich schreibe dann irgendwo hier hin, wie viele. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und... Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.